Bewegung Kanadermarkt, na gut, das wird der ein oder andere heute mit Erschrecken festgestellt haben, aber es ist natürlich nachvollziehbar, immer wenn relevante Daten kommen. Donnerstags ist durchaus dafür prädestiniert, heute doppelt sogar. Gucken wir ganz kurz, was waren das denn für Daten und wie sieht das Ganze dann aus in der Umsetzung der Marktteilnehmer. Wir haben natürlich immer donnerstags 14.30 Uhr die Initial Jobless Claims, leicht höher als erwartet, auf jeden Fall auch höher als zuvor. Und wir wissen, dass die FED, die ja für viel Bewegung sorgen kann durch ihre Zinspolitik, natürlich angedeutet hat, Arbeitsmarkt ist wichtig. Das heißt, steigende Arbeitslosigkeit ist sicherlich nicht wirklich das, was man sich idealerweise wünscht auf der Seite. Aber der Treiber heute ist mit Sicherheit eher das Preisniveau, was in Amerika gestiegen ist. Ihr seht, dass hier CPI, da ein Consumer Price Index, hier im Jahresvergleich, hier und hier September, seht ihr 8,2. Erwartet war nur 8,1. Immerhin weniger als zuvor, wenn auch nicht viel, 8,3. Aber immerhin. Außerdem ist noch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel dabei relevant. Auch da bleiben wir mal im Jahresvergleich. Ihr seht die anderen Zahlen selber. Das war 6,6 und damit höher als 6,5 und höher auch als zuvor, 6,3. Also ein Anstieg hier. Das dürfte die FED sicherlich nicht dazu bewegen, zu sagen, ach komm, dann lassen wir das mit den Zinsen oder wir senken bald. Nein, die FED hat ja schon verlauten lassen, dass es wahrscheinlich schädlicher ist, keine Schritte zu unternehmen oder größere Schritte zu unternehmen, als sie zu tun. Und dementsprechend spricht vieles dafür, dass Anfang November tatsächlich der nächste Zinsschritt vielleicht in ähnlicher Größe 75 Basispunkte dann eben erfolgen wird. Und das wird Spuren im Markt hinterlassen, so denken einige. So, wir wollen nicht so viel darüber nachdenken, was wir denken oder andere denken. Für mich ist viel relevanter, was tun sie? Und das ist etwas, was man wiederum im Chart sehen kann. Und wir wollen mal ganz kurz durchaus die alte Zeichnung noch mal drin lassen, dass wir so ein bisschen das nachvollziehen können, was wir da immer mal so sehen. Rücksetzer dann in diese Zone dann entsprechend rein. Möglichst wackelig. Das ist jetzt hier mal symbolisch für wackelig. Wir wissen ja entweder so oder dreiwellig. Da würde man sagen können, ja, okay, das haben wir hier tatsächlich gesehen. Und anschließend der nächste Schub nach unten. Das ist durchaus eine nachvollziehbare Bewegung mit sogar Chancen, dass es sogar noch weiter fällt. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Kurs hier reagiert. Es bleibt aufgrund dessen, dass das nur so wenig höher ist als hier. Die Rest, Gefahr oder Chance, wie ihr es auch immer seht, dass wir noch mal in diese Zone reingehen, bevor wir anschließend erst nach unten gehen. Im Moment geht der Kurs hier im 5-Minuten-Chart wieder nach oben. Er korrigiert diese starke Übertreibung um 14.30 Uhr, die wir haben. Der Kurs kommt da also ein wenig hoch für die Intraday-Trader unter euch. So sieht das ganz gut aus, was wir da im Moment haben. Das gefällt mir. Das ist eigentlich ein ganz gutes bullisches Zeichen, wenn ihr im Laufe des Nachmittags irgendwie so etwas seht oder alternativ eben etwas dreiwelliges. Streng genommen kann man auch sagen, viel schwächer halt in der Abwärtsbewegung als die Aufwärtsbewegung. Dann habt ihr eine realistische Chance, dass der Kurs anschließend sogar noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. Ungefähr diese Strecke da hinten noch mal plus X, vielleicht sogar noch mehr, aber dann hat man so eine gewisse Orientierung, wie das in etwa aussehen kann. Also ihr seht, Intraday würde ich Long gar nicht so schlecht finden, insbesondere und ganz wichtig, wenn der Kurs ganz grob dieses Verhaltensmuster zeigt, ob er das jetzt hier so zeigt oder ob er noch länger erst steigt, bevor das passiert. Das weiß ich auch nicht, aber ich muss sagen, das kriegt man mit geschlossenen Augen fast schon hin, das zu erkennen, also zu unterscheiden, welches die stärkere, die schwächere Seite ist und dann tradet vorzüglich in die stärkere Seite. Die sieht aktuell zumindest mal so aus. Umgekehrt übrigens, nehmen wir mal an, wir kriegen nachher jetzt irgendwie sowas und anschließend geht der Kurs hier durch. Erinnert euch, das war eine starke Bewegung. Das wäre dann wieder umgekehrt die Idee wieder für die Short-Seite. Ihr seht, also ein Zwischenlong auf jeden Fall hier und ein Short, wenn er dann hier wieder geht, also ab hier dann sozusagen die Abwärtsseite. So kann man sich auch mit wechselnden Marktrichtungen einigermaßen gut durch den Marktschlawinern und die Hauptbewegungsrichtungen dann mitnehmen. So übergeordnet, womit ist zu rechnen? Hier kann man es eigentlich gar nicht so richtig erkennen, wobei das letzte Tief ist nicht mehr so arg weit entfernt. Ihr wisst, ich bin ein großer Anhänger von, das sehen wir nochmal, das wird durchstoßen. Da wird dann geguckt, ob der Kurs tatsächlich dort ernsthaft dreht oder ob das dann sogar vielleicht durchfällt. Das werden wir dann hier sehen. Ich bin ein großer Freund davon. Erstmal durchfallen, anschließend Gegenbewegung. Ich halte das für ein sehr, sehr typisches Bild. Also übergeordnet. Ich sehe auf jeden Fall noch nicht zwangsweise, dass die Long-Seite da ist, aber eine gewisse Chance, dass der Kurs vielleicht sogar hier in dieser Richtung sich bewegt. Wer das kurze Bild hier scheut, also sowas in 5 Minuten, 15 Minuten Chart, wie auch immer, also so kleinen Intraday nicht handeln will, der wird wohl darauf warten müssen, bis der Kurs eine etwas größere Bewegung eigentlich gleicher Art vollzieht. Er muss halt dann eben warten, bis man das Bild dann eben entsprechend sieht. Was blöderweise nicht geht. Nee, das Kleine will ich nicht handeln, will aber trotzdem hier unten rein und idealerweise nicht mehr ausgestoppt werden. Wünschen kann man sich immer, aber das geht nicht notwendigerweise in Erfüllung. Das Bild ist beim S&P grundsätzlich ähnlich, nur, dass er diesen Bruch hier schon erledigt hat. Machen wir das mal eine Nummer größer, dass ihr das sehen könnt. Das Tief vom 33. Oktober hier. Das hat er durchstoßen und ich bin ein bisschen gewogen, dass wir das insgesamt als eine starke Abwärtsbewegung ansehen. Da kann man sich jetzt ein bisschen streiten, wie das mit der internen Aufteilung ist. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn wir bis dahin nochmal gehen und wenn das wackelig ist, umso mehr die Short-Seite. Also merkt euch mal, dass der Kurs irgendwie, naja, in diese Richtung wieder zurückkommt hier. Ich finde es halt sehr typisch, sehr natürlich, dass das passiert. Also der Kurs in diese Ecke da entsprechend da reinläuft. Würde mich nicht wundern. Ihr seht, ich bin latent positiv gestimmt. Zumal wir sehen, das ist jetzt hier der Nasdaq. Auch hier hatte ich das hier als eine typische Variante eingezeichnet, die aber, jetzt werden einige sagen, siehst du, ist nicht so gekommen. Ja, aber es schadet ja nicht, weil wenn es nicht hoch wackelt, dann long gehe ich ja sowieso nicht in den wackeligen Markt. Also insofern habe ich höchstens diesen nächsten Schub hier unten verpasst, wenn ich das im Kleinen nicht gesehen habe. Aber ansonsten, der fehlt also noch. Das heißt, das, was wir hier bisher haben, ich würde sogar sagen, beim Nasdaq, mal gucken, wann die nächste Korrektur hier wieder kommt, irgendwie so mittlere Zone, merkt euch immer so, diese Strecke, so halbwegs die Mitte, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, dahin wackeln wäre klasse. Das heißt, entweder jetzt drei Welle hier nach oben, da kann man also auch hier wieder ein Intraday Long vielleicht noch mitnehmen. Denkt an das Bild, was wir hier gesagt haben. So müsste das aussehen. Fände ich klasse. Wundern würde mich das zumindest mal nicht. Zumal der Anfang hier ja schon mal einigermaßen verheißungsvoll aussieht und man den Eindruck hat, ja, die wollen wohl ein bisschen in die Gegenbewegung gehen. Also, bei den Amerikanern sehen wir, dass wir durch den starken Rutsch neue Tiefs haben. Das ist normal bei starken Rutschen. Wir jetzt aber eine realistische Chance haben, zumindest ein bisschen mal in die Gegenbewegung zu gehen. Und jetzt hängt es massiv davon ab, ob das Ganze Schub hoch und korrektiv nach unten wird oder ob es umgekehrt dann doch sowas wird. Das wissen wir auch in der Chart-Technik nicht. Aber das ist so ungefähr, als ob ihr Gesichter lesen könnt. Wenn die Restaurantbesucher so aussehen, dann nicht da hingehen, schmeckt nicht lecker, ist nicht gut. Ja, sie essen es, der Hunger treibt es rein, sagt man. Aber so sieht das nicht gut aus für einen Anstieg. Wenn ihr aber seht, die sind total verzückt, bestellen nochmal nach und alles Mögliche, dann sagt ihr, hey, klasse, guckt mal, wie die sich amüsieren dort und wie die Bock haben zu essen. Dann wisst ihr, das ist eine gute Geschichte und dann müsst ihr, könnt ihr eher davon ausgehen, dass der Kurs tatsächlich nach oben geht. Sprich, da ist es lecker. Komische Bilder, die ich immer zeige, aber ich will euch damit andeuten, dass es durchaus nachvollziehbar ist, dass man an Aktionen anderer Menschen ablesen kann, ob das eher dazu führt, dass die da nochmal hingehen oder ob die eher dazu bereit sind, nochmal zu kaufen. Also man kann das durchaus an den Reaktionen der Menschen ablesen. Das geht im Fußballstadion so, das geht im Restaurant so und das geht an der Börse genauso. Deshalb beobachtet die anderen Marktteilnehmer und wenn ihr jetzt nicht das Glück habt wie ich, dass ich Tausende von Kameras in Deutschland, nein, nur Mimmelswelt, dass ich natürlich nicht sehen kann, was der Einzelne macht, aber was die Summe macht, das kann ich hier ohne weiteres erkennen. Und dementsprechend ist das ein gutes Indiz dafür, wie man hier eben vorgehen kann. Chance also für einen Dreh ist gegeben, aber dass ich so richtig bullisch bin, im Sinne von von hier aus geht es jetzt auf neue Allzeithochs, kann sein, aber ist ja erstmal nicht das Thema, ist aber Luxusproblem, denn wenn ich an der Stelle long gehe, nur mal als Beispiel, und ich sehe, dass der Kurs zumindest mal bis hierhin ja eine realistische Chance hat, dann könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr sagt, da bleibe ich lieber drin oder ich bleibe drin und ziehe den Stop auf dem Einstieg nach und dann kann ich mal gucken, ob er nicht vielleicht sogar weiterläuft oder ob ich sage, ich mache hier eine Gewinnmitnahme und freue mich über diesen Gewinn und was er danach macht, interessiert mich nicht, mache ich wieder einen neuen Trade. Ich finde beides sinnvoll, beides ist grundsätzlich logisch. Im Zweifelsfall könnt ihr ja halbe halbe machen, die Hälfte der Position laufen lassen, in der hoffnungsvollen Erwartung, gleich dreht es ja doch. Im anderen Fall könnt ihr aber die Gewinne mitnehmen, so dass ihr sagen könnt, passieren kann nichts mehr, ein Teilgewinn habe ich da schon. So, gucken wir abschließend nochmal auf den DAX. Und dann stellen wir fest, genau das Gleiche. Genau, also Intraday können wir davon ausgehen. Ich mache es mal einmal groß. So sah das aus. Wir haben aktuell den jüngsten Schub nach oben. Das ist dieser hier. Dementsprechend wären solche Szenarien attraktiv für die Long-Seite. Ähnlich wie es hier ist, auch wenn es hier nicht so deutlich ist, aber ihr seht zumindest. Also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, das hätte ich hier wahrscheinlich nicht gehandelt, weil mir der Rücksetzer zu klein ist. Ich möchte ja immer, dass der Fibonacci-mäßig hier in diesen Raum reinfällt wieder hier. Ich zeichne das jetzt mal so. Ja, also so ganz grob hier in diese Box sollte der dann da so halbwegs reingehen. Dass es hier oben sicherlich nicht passiert ist, also zu klein. Trotzdem konnte man erkennen, also für Short ist nicht die richtige Zeit, wenn die Bewegungen so gegeneinander sind und der Kurs dann hier irgendwelche Zwischenhochs hier triggert. Das geht nicht ewig so. Ich meine, vor Terminen sollte man eh nicht im kurzfristigen handeln. Das ist, denke ich mal, jedem klar, spätestens nach dieser Geschichte. Aber wichtiger Tipp, erzähle ich euch nichts Neues, mache ich ja immer wieder, handelt nicht auf so kurzen Zeitebenen, kurz vor Terminen. Denn hier, man kann das natürlich stoppen, aber die Gefahr, nicht hier gestoppt zu werden, sondern irgendwo hier, weil es eben so schnell geht, die ist halt relativ groß. Deshalb ist das nicht sinnvoll. Aber erzähle ich euch ja heute nicht zum ersten Mal. So, also, Anstieg, super, wackelig, wäre schön, dann wäre das ein möglicher Trigger für die Longseite, zumindest mal für einen guten Teil der Bewegung nochmal hier als Bewegung. Kann man daran schon ablesen, dass es endlich jetzt massiv und langfristig nach oben geht? Natürlich nicht. Was erwartet ihr vom Chart? Das ist nur das Bekenntnis der heutigen Marktteilnehmer. Ja, wir kaufen mal erstmal. Alles andere wird man dann sehen. So, in diesem Sinne, für heute Nachmittag habt ihr eine Idee, worauf ihr gucken könnt und was ihr vielleicht umsetzen könnt. Euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.